Unter linken und woken Bürgern sorgte er für Begeisterung. Viele andere können durchaus vom Glauben abfallen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation, schrie der Pastor voller Ekstase den Besuchern auf dem Nürnberger Hauptmarkt zu. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Weiters ruft er. Jetzt ist die Zeit zu sagen, black lives always matter. Und auch jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Was meint der Pastor damit genau? Die Gläubigen sollen sich von der Heteronormativität lösen, weg von Herkunft, weg von Traditionen. Stattdessen sollen sie sich an die befreiende Liebe von Jesus kleben. Auf seinem Instagram-Konto bezeichnet sich der Pastor, der vor 16 Jahren aus Südafrika nach Deutschland gekommen war, selbst ganz offen als Aktivist. Natürlich darf dort auch die Transfahne nicht fehlen. In Ostfriesland betreut er die evangelische Gemeinde. Auch die Migration darf in der Predigt freilich nicht ausgelassen werden. Jetzt sei es auch Zeit, noch mehr Schiffe zu schicken, Zeit, Zuwanderer an sicheren Häfen zu empfangen. Jedenfalls aber, so ruft er seine Glaubensgemeinschaft auf, sollen wir unsere Privilegien nutzen, um Menschen zu helfen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an größeren, sicheren Häfen. Safer spaces for all. Wir haben alle Privilegien und können sie für mehr Gerechtigkeit einsetzen. Wir können füreinander Verbundete sein. Wir sind hier. Wir sind auch viele. Und wir sind nie wieder leise. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier.